Musik Herzlich willkommen, Ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutschtest für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1 Teil 5 Buchstabe I bis L Ich, ich heiße Veronika. Ich heiße Veronika. Ihr, ihm, ihn. Gib Ihr, ihm, bitte das Buch. Gib Ihr, ihm, bitte das Buch. Ihr, ihm, ihn. Ruf ihn bitte an. Ruf ihn bitte an. Immer Frau Bast kommt immer zu spät. Frau Bast kommt immer zu spät. In Ich wohne in Wiesbaden. Ich wohne in Wiesbaden. In Der Zug kommt in fünf Minuten. Der Zug kommt in fünf Minuten. In Frau Rausch arbeitet in einem Geschäft. Frau Rausch arbeitet in einem Geschäft. In Komm, wir gehen ins Kino. Komm, wir gehen ins Kino. Die Information, die Informationen. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie zur Information. Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie zur Information. Die Information, die Informationen. Wir haben hier wichtige Informationen für Sie. Wir haben hier wichtige Informationen für Sie. International Unser Deutschkurs ist international. Silvana kommt aus Italien, Conchi aus Spanien, Yin aus China. Unser Deutschkurs ist international. Silvana kommt aus Italien, Conchi aus Spanien, Yin aus China. Das Internet. Das findest du im Internet. Das findest du im Internet. Ja Sind Sie Herr Watanabe? Ja, das bin ich. Sind Sie Herr Watanabe? Ja, das bin ich. Die Jacke, die Jacken. Zieh dir eine Jacke an. Es ist kalt. Sieh dir eine Jacke an. Es ist kalt. Jed Blumen kannst du in jedem Bahnhof kaufen. Blumen kannst du in jedem Bahnhof kaufen. Jetzt Jetzt machen wir eine Pause. Jetzt machen wir eine Pause. Der Job. Die Jobs. Jenny hat einen neuen Job bei der Post. Jenny hat einen neuen Job bei der Post. Der Jugendliche. Die Jugendlichen. Viele Jugendliche kaufen gern ein. Viele Jugendliche kaufen gern ein. Jung. Claudia ist 21. Was? Noch so jung? Claudia ist 21. Was? Noch so jung? Der Junge. Die Jungen. Ich habe zwei Kinder. Einen Jungen und ein Mädchen. Ich habe zwei Kinder. Einen Jungen und ein Mädchen. Der Kaffee. Zum Frühstück trinke ich immer Kaffee. Zum Frühstück trinke ich immer Kaffee. Kaputt. Das Glas war teuer. Es geht sehr leicht kaputt. Das Glas war teuer. Es geht sehr leicht kaputt. Die Karte. Die Karten. Ich schreibe meinen Bekannten eine Karte aus dem Urlaub. Ich schreibe meinen Bekannten eine Karte aus dem Urlaub. Ich schreibe meinen Bekannten eine Karte aus dem Urlaub. Bringen Sie mir die Karte, bitte. Die Kreditkarte. Die Kreditkarten. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Kann ich auch mit Karte bezahlen? Die Kartoffel. Die Kartoffeln. Für Pommes frites braucht man Kartoffeln. Für Pommes frites braucht man Kartoffeln. Die Kasse. Die Kassen. Zahlen Sie bitte an der Kasse. Zahlen Sie bitte an der Kasse. Kaufen. Tim kauft sich ein neues Auto. Tim kauft sich ein neues Auto. Kein. Es gibt keine Eintrittskarten mehr. Es gibt keine Eintrittskarten mehr. Kennen. Kennen Sie diese Frau? Nein, leider nicht. Kennen Sie diese Frau? Nein, leider nicht. Kennenlernen. Wir sind neu hier. Wir möchten Sie kennenlernen. Wir sind neu hier. Wir möchten Sie kennenlernen. Wir sind neu hier. Wir möchten Sie kennenlernen. Die kleine Laura geht schon in den Kindergarten. Die kleine Laura geht schon in den Kindergarten. Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film. Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film. Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film. Die Klasse. In unserer Klasse sind 25 Schüler. In unserer Klasse sind 25 Schüler. Die Klasse. Die Klassen. Im Zug fahre ich immer zweite Klasse. Im Zug fahre ich immer zweiter Klasse. Die Kleidung. Die Kleidungen. Wo finde ich Kleidung? Jacken im ersten, Jeans im zweiten Stock. Wo finde ich Kleidung? Jacken im ersten, Jeans im zweiten Stock. Klein. Eltville ist eine kleine Stadt am Rhein. Eltville ist eine kleine Stadt am Rhein. Kochen. Herr Georgi kann gut kochen. Herr Georgi kann gut kochen. Der Koffer. Der Koffer. Die Koffer. Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihr Koffer? Der Kollege. Die Kollegin. Wie heißt die neue Kollegin? Wie heißt die neue Kollegin? Kommen. Kommen. Woher kommen sie? Aus Frankreich. Woher kommen sie? Aus Frankreich. Kommen. Kommst du mit ins Schwimmbad? Kommst du mit ins Schwimmbad? Können. Ich kann Deutsch und Russisch. Ich kann Deutsch und Russisch. Können. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Das Konto. Die Konten. Das Geld überweisen wir am 1. März auf Ihr Konto. Das Geld überweisen wir am 1. März auf Ihr Konto. Der Kopf. Die Köpfe. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Kosten. Wie viel kostet das? Das kostet 10 Euro. Wie viel kostet das? Das kostet 10 Euro. Krank. Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank und liege im Bett. Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich bin krank und liege im Bett. Kriegen. Ich kriege 15 Euro in der Stunde für meine Arbeit. Ich kriege 15 Euro in der Stunde für meine Arbeit. Die Küche. Die Küchen. Der neue Herd kommt in die Küche. Der neue Herd kommt in die Küche. Der Kuchen. Die Kuchen. Ich nehme ein Stück Kuchen. Ich nehme ein Stück Kuchen. Der Kugelschreiber. Die Kugelschreiber. Hast du einen Kugelschreiber für mich? Hast du einen Kugelschreiber für mich? Der Kühlschrank. Die Kühlschränke. Haben wir noch Milch? Ja, im Kühlschrank. Haben wir noch Milch? Ja, im Kühlschrank. Kulturell. Ich bin kulturell interessiert. Ich gehe oft ins Museum. Ich bin kulturell interessiert. Ich gehe oft ins Museum. Sich kümmern. Jede Mutter kümmert sich um ihre kleinen Kinder. Jede Mutter kümmert sich um ihre kleinen Kinder. Der Kunde. Die Kundin. Einen Moment bitte. Ich habe eine Kundin. Einen Moment bitte. Ich habe eine Kundin. Der Kurs. Die Kurse. Der Deutschkurs geht bis zum Sommer. Der Deutschkurs geht bis zum Sommer. Kurz. Riccardo hat kurzes Haar. Riccardo hat kurzes Haar. Lachen. Die Kinder lachen viel. Die Kinder lachen viel. Der Laden. Die Läden. Im Buchladen können sie Bücher kaufen. Im Buchladen können sie Bücher kaufen. Das Land. Das Land. Die Länder. Italien ist ein schönes Land. Italien ist ein schönes Land. Lang. Die Jeans ist zu lang. Die Jeans ist zu lang. Lange. Lange. Wie lange fährt der Zug von Hamburg nach Berlin? Wie lange fährt der Zug von Hamburg nach Berlin? Langsam. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Laufen. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Laufen. Ich möchte nicht Auto fahren. Ich möchte laufen. Ich möchte nicht Auto fahren. Ich möchte laufen. Laut. Nicht so laut. Das Baby schläft. Nicht so laut. Das Baby schläft. Leben. Sie lebt bei ihrer Schwester. Sie lebt bei ihrer Schwester. Leben. Ihre Eltern leben nicht mehr. Ihre Eltern leben nicht mehr. Das Leben. Die Leben. Das Leben in diesem Land ist teuer. Das Leben in diesem Land ist teuer. Die Lebensmittel. Lebensmittel bekommen Sie im Supermarkt. Lebensmittel bekommen Sie im Supermarkt. Lebensmittel. Ledig. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig. Legen. Legen Sie das Buch auf den Tisch. Legen Sie das Buch auf den Tisch. Der Lehrer, die Lehrer. Unsere Deutschlehrerin heißt Frau Müller. Unsere Deutschlehrerin heißt Frau Müller. Leicht. Der Koffer ist leicht. Der Koffer ist leicht. Leicht. Deutsch ist nicht leicht. Leider. Leider kann ich nicht kommen. Ich muss zum Arzt. Leider kann ich nicht kommen. Ich muss zum Arzt. Leise. Seid leise. Die anderen schlafen schon. Seid leise. Die anderen schlafen schon. Lernen. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Lesen. Ich lese ein Buch von Garcia Marquez. Ich lese ein Buch von Garcia Marquez. Letzt. Morgen ist der letzte Kurstag. Morgen ist der letzte Kurstag. Die Leute. In der Disco sind viele Leute. In der Disco sind viele Leute. Das Licht. Die Lichter. Wo macht man hier das Licht an? Wo macht man hier das Licht an? Lieb. Liebe Susanne. Lieber Hans. Liebe Susanne. Lieber Hans. Lieben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lieber. Sie fährt lieber mit der Bahn. Sie fährt lieber mit der Bahn. Lieblings. Mein Lieblingsfilm ist Schwarze Augen. Mein Lieblingsfilm ist Schwarze Augen. Liegen. Das Lied. Die Lieder. Welches ist dein Lieblingslied? Welches ist dein Lieblingslied? Liegen. Um 9 Uhr liegt Judith noch im Bett. Um 9 Uhr liegt Judith noch im Bett. Liegen. Liegen. Frankfurt liegt am Main. Frankfurt liegt am Main. Links. Gehen Sie die nächste Straße links. Gehen Sie die nächste Straße links. Der Lkw. Die Lkw. Dieser Lastkraftwagen. Lkw. Ist sehr groß. Dieser Lastkraftwagen. Ist sehr groß. Das Lokal. Die Lokale. In unserer Straße gibt es ein neues Lokal. Die Lösung. Die Lösung. Die Lösungen. Die Lösung ist ganz einfach. Die Lösung ist ganz einfach. Lustig. Frau Mertens ist lustig. Sie lacht immer. Frau Mertens ist lustig. Sie lacht immer. Das war der fünfte Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut. Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt. Und wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritiken, Fragen, Anregungen und Wünsche. Ihr wollt keine Videos verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns. Und damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen. Ihr Wortschätzchen. Bis zum nächsten Mal.